Es ist ganz spannend, jeder ist jeden Tag auch außerhalb von einer Liebesbeziehung in Beziehung mit anderen Menschen, mit seinem Team, mit Geschäftspartnern und eine erfolgreiche Organisation ist immer nur so gut, wie die Beziehung der Menschen untereinander, die in ihr arbeiten. Und das ist ja genau die Fragestellung, mit der wir uns hier heute auch beschäftigen. Wie kann man generell Beziehungen lange abenteuerlich halten und spannend halten und so, dass sie für beide Seiten gewinnbringend sind? Es geht am Ende des Tages, glaube ich, ganz oft um eine Entscheidung. Möchte ich investieren oder lehne ich mich zurück? Das klingt alles nicht romantisch, aber macht erfolgreiche, glückliche und lange Beziehungen planbar und überlässt sie weniger dem Zufall, als das vielleicht viele von uns tun. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joana-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Böndel. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Psychotherapeuten. Philipp freut sich schon ganz besonders, wenn ich ihn so angucke gerade. Es geht nämlich heute um Sex, es geht um Beziehung, es geht um Untreue. Also so die ganz, ganz leichten Themen für so einen, ja, so einen muckeligen Novemberabend. Also von daher. Oder auch Novembermorgen. Oder auch Novembermorgen. Ja, natürlich. Oder auch. Die meisten Hörerinnen und Hörer schalten ja direkt morgens ein. Das stimmt, das stimmt. Oder dann zur Mittagspause auch. Von daher. Auch das. Ja, also auf jeden Fall Themen, die wir heute dabei haben, die ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit auf jeden Fall euch reinziehen dürft. Und ja, Psychotherapeuten, klingt erstmal irgendwie ganz schön schwierig und ganz schön schwer. Und die Menschen, die wir heute dabei haben, unsere Protagonisten, sind alles Menschen, die aus dieser Schule sozusagen kommen. Also der Psychotherapeuten-Schule, um ein bisschen Licht ins Dunkle hier zu bringen. Denn es gibt ja, was gibt es alles, Psychologen und Psychotherapeuten und Traumatherapeuten und tausende Begriffe. Und wir wollen ja ein bisschen abgrenzen auch, weil wir wollen ja hier was lernen. Wir sind ja bei Learnings. Und um euch noch mal kurz vor Augen zu führen, was ein Psychotherapeut macht oder wer er ist. Also ein Psychotherapeut ist eine Berufsbezeichnung für psychotherapeutisch tätige Ärzte, Psychologen oder zum Beispiel auch Pädagogen mit einer auf dem Studium aufbauenden fachkundlichen Weiterbildung in Psychotherapie. Soweit verstanden. Die Berufsbezeichnung ist tatsächlich in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz gesetzlich geschützt. Auch interessant. Und Psychotherapeuten diagnostizieren und behandeln psychische Krankheiten im Allgemeinen nach wissenschaftlichen Methoden. Die unterschiedlichen Krankheitsbilder und Forschungsschwerpunkte haben zur Entwicklung verschiedener wissenschaftlich anerkannter zum Beispiel Psychotherapieverfahren geführt. Diese sind unter anderem, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die Verhaltenstherapie oder auch systemische Therapie oder die Psychoanalyse, auch analytische Psychotherapie genannt, sowie die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. So, da war ganz schön viel Psycho jetzt auf jeden Fall drin. Vor allem ganz schön viele Punkte, wo ich ins Schwitzen komme, weil ich gar nicht weiß, ob mein Protagonist und meine Protagonistin da Häkchen machen können. Finden wir nachher gemeinsam raus? Finden wir raus. Es mangelt auf jeden Fall nicht an guten Geschichten, wie immer bei meinen Beispielen. Nein. Also mach dir keine Sorgen, da geht was. Die Grundlage von vielem, also auch in der Paartherapie oder Sexualtherapie, ist oft tiefenpsychologisch begründet. Also von daher, da schauen wir nachher mal hin. Und das ist ja ganz interessant, weil ihr denkt vielleicht, ja Psychotherapie oder generell Therapie, da muss man irgendwie krank für sein, um irgendwie beim Therapeuten zu landen. Auch wenn das, ich glaube mittlerweile in Deutschland ja schon etwas anerkannter ist, auch über diese Themen zu reden, gerade auch in den letzten Jahren, gerade auch im Arbeitskontext, im Sinne von Burnout. Bore-Out gibt es übrigens auch an dieser Stelle. Kann man sich kaum vorstellen. Aber ja, tatsächlich, unterfordert zu sein. Habe ich auch noch nicht erlebt, aber ja, stelle ich mir ganz fürchterlich vor. Und die Frage ist ja auch immer tatsächlich, was ist überhaupt krank? Also wir haben gerade vom Krankheitsbild gesprochen, was dann so ein Psychotherapeut sich anschaut. Aber wer sagt denn eigentlich, was ist krank und was macht krank? Und muss man überhaupt warten, bevor man krank ist? Ja, oder sich selber. Oder kann man nicht vorbeugen oder sollte nicht sogar vorbeugen? Auf jeden Fall. Ich oute mich gerne. Ich bin großer Fan von Psychologen. Ich bin der Meinung, jeder braucht einen oder einen Nee, um politisch korrekt zu bleiben. Und in den USA ist es ja gang und gäbe. Da hat man einen Hausarzt und einen Psychologen. Der Shrink. Ja, genau. Guck mal, ich war vor, boah, mittlerweile, lass mich fast 20 Jahren, Gott, Au-pair in den USA. Und da war das schon total normal, dass diese Familien, wo ich da auch Babysitting gemacht habe, dass die... Die Therapeuten hatten. Alle, einen Shrink. Na klar. Wir sitzen hier vorstatt Desperate Housewives. Ja, total. Damals auch noch groß, die Serie. Das gehört zum guten Ton. Das war total normal. Na klar. Und das war auch gut. Na klar. Irgendwo ein Stück weit, ne? Also, ja, anderes Thema. Aber ich will euch einfach mal so ein paar Fragen stellen und die müsst ihr gar nicht beantworten. Vielleicht für euch im Kopf einfach nur mal, um da mal so ein bisschen in dieses Thema einzutauchen. Ja, also stellt euch einfach mal vor, zum Beispiel die Frage danach, ob ihr schon mal einen lieben Menschen verloren habt und es euch dabei schwer gefallen ist, darüber zu sprechen. Also, oder ob du vor lauter Stress schon mal Ohren sausen, Augenzucken, Schlafstörungen oder andere körperliche Stresssymptome hattest. Vielleicht bekommst du auch manchmal in bestimmten Situationen Panik. Oder wurdest du schon mal in einer Beziehung so enttäuscht, betrogen, verlassen, dass du dich danach sofort in die nächste Beziehung gestürzt hast. Egal, ob du verliebt warst oder nicht, ja? Und egal, ob ihr jetzt dabei Ja oder Nein gedacht habt oder darüber nachgedacht habt, wie ihr in diesen Situationen, ob ihr da schon mal drin wart oder inwieweit ihr da schon mal drin wart. Keiner würde wahrscheinlich sagen, dass du mit all den Themen zum Arzt rennen musst, ne? Oder zu einem Therapeuten rennen musst irgendwie. Und doch sind es Dinge, die dich ja irgendwie prägen. Und aus der tiefen Psychologie oder aus der Psychologie heraus ist es immer so, wenn du diesen Themen nicht bewusst begegnest, darüber sprichst, dann kommen die irgendwann wieder. So, das ist einfach nachgewiesen, forschungsmäßig. Da kannst du gar nichts gegen tun, ja? Und wir steigen ja hier direkt mal ganz deep ein. Warst du schon mal eigentlich beim Therapeuten? War ich? Ja. Ich oute mich gerne. Ja, mach ich auch. Ist lange her. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, bestimmt 15 Jahre oder machen wir 10 draus. Ich war sehr häufig krank. Also ich hatte irgendwie viermal im Jahr eine Mandelentzündung und immer wieder so Geschichten. Und so oft hätte ich gar nicht irgendwo im Zug sitzen können. Also im Zug nicht im Sinne von Eisenbahn, sondern im Zug im Sinne von offenes Fenster. Und da habe ich mich auf Spurensuche begeben und habe versucht rauszufinden, warum bin ich eigentlich so häufig in Anführungsstrichen krank. Und das hatte dann auch viel mit Druck und Stress und Tralala zu tun. Und da hatte ich mal so ein paar Sitzungen und ich fand das super. Hat mich fast um meine Berufsunfähigkeitsversicherung gebracht, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen hatte und dann tatsächlich noch ein paar Jährchen länger warten musste, eine abzuschließen, weil die Jungs und Mädels lassen einen ja nicht rein. Wenn man irgendwann in seinem Leben mal oder zumindest in den letzten zehn Jahren einen solchen Besuch hinter sich hat. Das ist völlig absurd, auch nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber so tickt Deutschland und vor allem Versicherung. Absolut. Ja, ich würde auch nirgendwo mehr reinkommen. Also zum Glück habe ich meine schon sehr, sehr früh abgeschlossen. Sehr, sehr früh. Genau. Ich würde auch jederzeit wieder hingehen. Also für viele unterschiedliche Anlässe. Ich habe immer gesagt, es ist eigentlich ein Stück weit die beste Weiterbildung, die du für dich selber auch einfach machen kannst. Absolut. Weil du so viel lernst und mich das auch in bestimmten Phasen meines Lebens schon echt begleitet hat. Es ist nicht immer einfach, ne? Also jemanden zu finden, wo man wirklich sagt, okay, das matcht jetzt irgendwie, muss auch bei einem Therapeuten ja irgendwie matchen. Absolut. Auch in welcher Situation man da gerade ist so. Aber kann man einfach nur empfehlen. Und es ist kein Makel. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch nicht peinlich oder unangenehm. Finde ich auch. Es ist profimäßig. Es ist die beste Investition in dich selbst, ehrlicherweise. Absolut. Selbst Fußballprofis beim 1. FC Köln. Ja. Dem 1. FC Köln. Dem 1. FC Köln. Gehen standardmäßig zum Psychologen, um mit Drucksituationen umzugehen, um mit Stress umzugehen. Also jeder, der Champions League spielen möchte, braucht einen Psychologen. Absolut. Oder? Ja, total. Also super. Ja. Das finde ich gut. Jetzt können wir eigentlich schon aufhören. Wir haben schon alles gesagt eigentlich. Dabei fangen wir gerade erst an. Wir fangen an und du fängst an tatsächlich. Ich fange an, aber natürlich nicht, ohne vorher wieder auf Zipgate hinzuweisen. Das stimmt. Denn Zipgate ist natürlich weiterhin am Start. Und wenn wir Zipgate sagen, meinen wir Pia. Denn Pia trifft sich, wie ihr wisst, regelmäßig mit Tobias, um Workhacks zu besprechen. So auch diese Folge. Wir freuen uns sehr. Genau. Aber vor Pia kommt John. John, genauer gesagt John Gottman, beziehungsweise den Einstein der Liebe. Von Beruf, Psychologe und Autor. Und den Beinamen Einstein der Liebe trägt er, weil er nach einer kurzen Beobachtung eines streitenden Pärchens mit bis zu 90%iger Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, ob sich dieses Pärchen innerhalb der nächsten sechs Jahre trennen wird. Brillant. Oder? Brillant einfach. Unglaublich. Ja. Wie viel Stress könnte man sich ersparen, wenn man John Gottman auf Rückruf hätte? Oder bei WhatsApp hätte? Und das schon seit so vielen Jahren. Das macht er ja mit seiner Frau zusammen. Aber da kommst du bestimmt gleich noch zu. Und selbstverständlich komme ich auch zu seiner Frau Julie Schwarz-Gottman, denn mit ihr gemeinsam hat er das Ganze entwickelt. Und ja, ich war total begeistert, als ich davon gehört, beziehungsweise gelesen habe, denn ich glaube, das Ganze funktioniert nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruflichen, denn auch im Beruflichen geht es wahnsinnig viel um Beziehungen, um zwischenmenschliche Beziehungen. Und deswegen werde ich sowohl im ersten als auch in meinem zweiten Blog immer wieder versuchen, Schlüsse zu ziehen aus privaten Beziehungen hin zu geschäftlichen Beziehungen, weil ich glaube, es gibt unglaublich viele Parallelen. Also, wie hat alles angefangen mit John Gottman? Tatsächlich hat er seit den 1970er Jahren, erst in Washington und dann später in Seattle, in seinem Ehe-Labor im Love Lab mehr als 3000 Paare über Jahre hinweg untersucht und per Video analysiert. Dabei ging es um den Kommunikationsstil, den er beobachtet hat. Er hat unterschiedliche Interviews geführt, er hat Körperhaltungen dokumentiert, er hat körperliche Reaktionen gemessen und ihren Biorhythmus bestimmt. Und all diese Ergebnisse hat er dann zusammengefasst in eine mathematische Formel, die sogenannte nicht-lineare Differenzialgleichung. Und die Methode kann angeblich mit 81-prozentiger Genauigkeit voraussagen, welche Ehen sieben bis neun Jahre überstehen oder eben zu Bruch gehen. Und seine Methode zur Voraussage basiert auf Paul Ackmans Methode zur Analyse von Mikroexpressionen. Auch wiederum spannend. Und diese Formeln ermöglichen es ihm, nicht nur die Trennungswahrscheinlichkeit von Paaren zu prognostizieren, sondern auch die Entwicklung der sogenannten Gottman-Konstante. Auch das wiederum sehr faszinierend. Die Gottman-Konstante ist die 5 zu 1-Formel. Und diese 5 zu 1-Formel besagt, dass es in Beziehungen fünf positiver Verhaltensweisen bedarf. Um eine negative Interaktion zu kompensieren. Krass, oder? Wahnsinn. Ich habe natürlich direkt angefangen nachzuzählen. War mir dann relativ schnell unsicher, was alles unter negative Interaktion fällt. Bin aber, glaube ich, ganz gut unterwegs. Denn, wie ihr alle wisst, bin ich seit über 19 Jahren in einer Beziehung mit einer und derselben Frau und das kann man natürlich nur hinbekommen, indem man die Gottman-Konstante perfekt beherrscht. Und das intuitiv, obwohl du ihn noch gar nicht kanntest. Unglaublich, ne? Unglaublich, ja. Also, um das zu konkretisieren, fünfmal Lob oder Bestätigung für eine geäußerte Kritik ist the way to go. Und in stabilen Beziehungen schlägt sich dieses Verhältnis laut Gottman tatsächlich nieder, während in instabilen Beziehungen die negativen Interaktionen deutlich überwiegen. Vielleicht auch für euch da draußen ein ganz guter Gradmesser, sowohl im Privaten als auch wieder im Beruflichen. Wie ist das so? Wie positiv und negativ sind die Interaktionen mit euren Partnern und Kollegen und Kolleginnen und Chefs und so weiter und so fort? Weil ich glaube, auch gerade in einem Angestelltenverhältnis, wenn wir jetzt mal wegkommen vom Unternehmertum, ist das eine spannende Beobachtung. Also, wie ist dein Verhältnis zu deinem Arbeitgeber, zu deinem Chef? Das muss meiner Meinung nach auch in einem 5 zu 1 Verhältnis bestehen, um eine langfristige Beziehung, in dem Fall Geschäftsbeziehungen, Angestelltenbeziehungen, aufbauen zu können. Also, da schon wahnsinnig viel gelernt von Gottman. Tatsächlich wurden die Ergebnisse immer wieder angezweifelt. Auch das muss man in der Vollständigkeit halber dazu erwähnen. Also, die Qualität dieser Ergebnisse wurden angezweifelt, weil über diese Studienpaare nur in der Rückschau, also nachdem ihr weiteres Schicksal bereits feststand, nachholend eine Vorhersage gebildet wurde. Bedeutet, nie in der Vorausschau, sondern man hat mit Pärchen gesprochen, die nicht mehr zusammen waren und hat dann geguckt, wo dran lag es denn wohl. Das kann man kritisieren. Nichtsdestotrotz hat seine Vorhersage häufig gestimmt und deswegen ist er zu Recht Teil dieses Podcasts und berühmt geworden. Ich habe noch zwei spannende Aspekte von Gottman dabei. Aspekt Nummer 1, den ich sehr spannend fand, sind die vier apokalyptischen Reiter einer Paarbeziehung. Also, die vier apokalyptischen Reiter stehen nach Gottman und seinem Forschungspartner auch für die Kommunikationssünden, die eine Ehe beziehungsweise intime Beziehung dauerhaft ruinieren und damit natürlich für uns auch wiederum spannend zu kennen. Es sind vier an der Zahl. Nummer 1 ist die Kritik, also Schuldzuweisungen und Anklagen, die ihren Höhepunkt in einer generellen Verurteilung der Person des Partners finden. Ich glaube, hier liegt die Betonung auf generell. Wir kennen das ja alle, Verallgemeinerung immer und nur. Wenn man aus einer Kleinigkeit irgendwie einen Elefanten macht und so tut, als wären die letzten 10 oder 5 oder 19 Jahre fürchterlich gewesen. Also eine unfaire Beurteilung und Kritik. Punkt Nummer 2, Abwehr beziehungsweise Verteidigung mit Rechtfertigung und Verleugnung der eigenen Anteile, die den Konflikt aufrechterhalten. Also auch da wiederum rechtfertigen und im schlimmsten Fall noch mit dem Finger auf den Partner zeigen und sagen, aber du, aber du, aber du, aber du, statt bei sich selber den Fehler zu suchen und sich vielleicht an die eigene Nase zu packen. Man merkt beim Durchgehen dieser Punkte, die sind eigentlich selbsterklärend und sollten selbstverständlich sein. Aber wir wissen aus der Praxis, dass dem dann ja doch nicht immer so ist. Punkt Nummer 3, Verachtung und Geringschätzung des Partners. Auch ein ganz wesentlicher Punkt, in dem man von oben herab kommuniziert und dem anderen das Gefühl gibt, weniger wert zu sein oder nicht mithalten zu können oder oder oder. Also Geringschätzung auch als wesentlicher Faktor, um eine Beziehung dauerhaft zu ruinieren. Und Punkt Nummer 4, das Mauern. Also der Rückzug aus der Kommunikation durch Schweigen. Ja, auch das kennen wir alle nur zu gut. Wir alle kennen Menschen, die Mauern. Ghosten. Oh, Ghosten, ja. Neudeutsch heißt es ja Ghosten. Auch ganz fürchterlich, finde eine Abart. Tatsächlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen neigen eher zum Kritisieren des Partners. Und Männern sind im Ghosten, also im Mauern, stärker unterwegs und häufiger vertreten. Ja, spannend. Gott sei Dank hat Gottman aber auch sieben Faktoren identifiziert, die eine Ehe glücklich machen. Ja, also wir hatten gerade die vier Faktoren, die sie safe zerstören. Und jetzt haben wir noch sieben, die dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Punkt 1, bringen Sie Ihre Partner-Landkarte auf den neuesten Stand. Punkt Nummer 2, pflegen Sie Zuneigung und Bewunderung füreinander. Punkt Nummer 3, wenden Sie sich einander zu und nicht voneinander ab. Punkt Nummer 4, lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Punkt Nummer 5, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme. Punkt Nummer 6, überwinden Sie PAD-Situationen. Und Punkt Nummer 7, schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn. Und auch da sehe ich wieder wahnsinnig viele Parallelen zum Geschäftsleben. Da vielleicht wieder eher, wenn man gemeinsam gründet oder gemeinsam in einem Team ist und gemeinsam ein Projekt voranbringen sollte, dass man, um ein paar Punkte herauszugreifen, Respekt füreinander hegt und dem anderen klar und deutlich macht, warum man gewisse Dinge an ihm sehr schätzt, also positive Motivation und nicht nur kritisieren. Danke, dass du den und den und den Teil dazu beiträgst. Danke, dass du vielleicht diese Schwäche ausmerzt. Danke für die tolle Präsentation gestern Abend. Dann lassen Sie sich von Ihrem Partner beeinflussen. Also zuhören und schauen, wie man vielleicht gewisse Dinge gemeinsam verändern kann. Und da nicht stur bei seiner Linie bleiben, sondern Dinge zur Kenntnis nehmen und schauen, ob man sich da nicht vielleicht auch ein Stück weit verändern kann. Und lösen Sie lösbare Probleme. Finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Also, dass man Dinge nicht im Raum stehen lässt, sondern klärt. Und nicht denkt, okay, zwei, drei Wochen lasse ich jetzt erstmal verstreichen und dann wird sich das Problem wieder in Luft auflösen. Nein, ich glaube, Dinge direkt benennen. Ich weiß, viele Menschen können das nicht. Die brauchen ihre Zeit. Ich bin so ein Typ, der muss Dinge immer direkt klären. Also, Dinge passieren, Dinge werden geklärt und dann habe ich das fünf Minuten später auch schon wieder vergessen. Ist sicherlich irgendwie Frage der Persönlichkeit, aber unabhängig von der Geschwindigkeit sollte man Probleme einfach lösen und nicht im Raum stehen lassen. Und dann vielleicht noch der letzte Punkt. Schaffen Sie einen gemeinsamen Sinn? Was ist unsere gemeinsame Mission oder Vision oder auch Purpose? Purpose, haben wir auch häufig hier bei Learnings diskutiert, tut sicherlich auch jeder Beziehung gut, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen. Also, summa summarum, tatsächlich eine ganze Menge gelernt vom guten Gottmann und zusammengefasst habe ich das Ganze in dem Learning. Eine lange glückliche Beziehung ist planbar und eine Frage der Disziplin. Denn wir haben hier nicht ein einziges Mal von Überirdischem gesprochen oder von Emotionen gesprochen oder von Zufällen und Glück und all diese Dinge, an die wir uns als Menschen ja gerne klammern, wenn es um Beziehungen geht. Wir suchen immer irgendwie das Übernatürliche oder etwas Magisches. Dabei ist es am Ende des Tages tatsächlich planbar und hängt viel von der Disziplin der Beteiligten ab. Planbar deshalb, weil man ja angeblich schon vorab erkennen kann, ob eine Beziehung Sinn hat oder nicht, wenn man auf die entsprechenden Dinge achtet im Vorfeld. und planbar, weil wenn man sich an einen gewissen Gameplan hält und an gewisse Vorgaben hält und Learnings berücksichtigt, die andere schon gemacht haben, dann kann man das Ganze in eine positive Geschichte ummünzen. Von dem her, glückliche Beziehungen sind planbar und eine Frage der Disziplin. Danke, Gottmann. Ich sage die ganze Zeit Gottmann, wahrscheinlich heißt er Gottman. Gottmann ist aber irgendwie cool. Danke, Gottmann. Kannst du damit was anfangen, liebe Johanna? Ja, natürlich. Ich bewundere den ja schon lange, den guten Gottmann und seine Frau. Ja? Ja. Einer deiner Heroes? Ja, Heroes weiß ich gar nicht. Aber also im Studium, ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert, da war das auch Teil quasi. Guck an. Kam mir jetzt nicht sofort, aber als ich mich dann auch nochmal beschäftigt habe mit der Folge, also was machen wir, da ist er mir wieder eingefallen, weil diese Forschungsarbeit, die er im Endeffekt mit seiner Frau schon sehr, sehr früh angefangen hat, ja in den 70er, 80ern, die hat damals schon sehr für Furore gesorgt, im Endeffekt. Diese Videoaufnahmen von den Paaren und so findet man bestimmt auch immer noch bei YouTube irgendwelche alten Videos. Verlinken wir. Genau, machen wir in den Shownotes auf jeden Fall. Ganz genau. Und ja, ich finde das einfach spannend, weil es nicht einfach so, wie du schon gerade auch zusammengefasst hast, es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, irgendwas, was nicht möglich ist, sondern es ist einfach Alltag. Und es ist kein Voodoo oder sowas, sondern es geht am Ende des Tages, glaube ich, ganz oft um eine Entscheidung, möchte ich investieren oder eben nicht? Also möchte ich investieren oder lehne ich mich zurück oder habe mich eingerichtet in einer Situation? Und ob das jetzt in einer Paarbeziehung ist, in einer Arbeitsbeziehung, ist total Jacke wie Hose. Also am Ende des Tages geht es um ein Investment über das, was im Alltag passiert, hinaus. Und das macht er ja auch sehr klar über seine Formeln so ein bisschen und hinterlegt das letzten Endes. Und das ist schon, das finde ich schon spannend. Ich finde, die 5 zu 1 Formel kann man sich wirklich gut merken. Das ist griffig, das auch nochmal mitzunehmen. Das habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Wirklich ein bisschen von Feedbackregeln kennt man das ja auch. So ein bisschen, wie man Feedback geben soll und so. Aber 5 zu 1 im Sinne von, sich wirklich darüber bewusst zu werden. Und ich muss mir das wirklich immer wieder bewusst werden, weil ich bin ja auch so ein kleiner Kritiker, der immer an allem immer umkritisiert. im Positiven, weil ich optimieren möchte. Aber trotzdem zu sagen, hey, also einmal Kritik, 5 mal Lob. Das ist die Balance, die es braucht, um langfristig stabile Beziehungen zu bauen. Und das finde ich gut. Also das einfach nochmal mitzunehmen, fand ich jetzt sehr, sehr spannend bei ihm. Und die apokalyptischen Reiter, klar, das ist eine Steigerung. Du musst einfach häufiger loben, damit du dann wieder so eine Kritik dazwischen schieben kannst. Ja, ja, natürlich. Wenn man viel zu kritisieren hat, muss man noch mehr und schneller loben. Ja, natürlich. Das wäre jetzt der Weg. Aber es muss ja trotzdem dann auch authentisch bleiben. Klar, das ist auch nur ein dämlicher Kommentar. Genauso wie du es gesagt hast, du musst auch mal sofort alles ausspeichern und rauskriegen aus dem Kopf. Das geht mir ja auch ähnlich so. Und ja, ich glaube, das ist dann manchmal wahrscheinlich, der Ton macht die Musik. So, wir sitzen ja hier auch im Tonstudio. Je länger ich mit dir den Podcast aufnehme, desto mehr stelle ich fest, dass wir eigentlich eine 1 zu 1 Kopie voneinander sind. Und ich wünsche niemandem, mit uns beiden arbeiten zu müssen. Gott, ja, wahrscheinlich, wirklich. Also mal gucken, wann unsere nächste Idee für eine Gründung kommt von Philipp und mir. Wir schauen mal. Aber ja, ich glaube, damit kommen wir wahrscheinlich auch schon zu unserer nächsten Protagonistin. Kommst du der guten Esther. Oh ja, Esther. Esther Perel, nämlich. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Wenn nicht, bitte, ihr müsst Esther kennenlernen. Sie ist eine der faszinierendsten Frauen auf diesem Planeten. Klingt so, als würde sie in Düsseldorf Unterbilk wohnen. Ja, nein. Ihr müsst Esther kennenlernen. Sie ist immer montags auf der Loreto-Straße. Genau, wir trinken dort Kaffee. Das wäre so toll. Nein, ich habe ja manchmal wirklich so Girlcrash. Und das ist wirklich einer. Girlcrash. Girlcrash kann man auch haben. Girlcrash. Können wir das cutten? Nein, das lassen wir drehen. Das lassen wir schön drehen. Crush natürlich. Nein, ich stehe auf Männer. Nur an dieser Stelle nochmal gesagt. Aber kein Crash. Ein Crush, also einfach tolle Frauen. Genauso wie tolle Männer einfach. Und Esther gehört aber einfach zu den tollen Frauen. Und es gibt einen Satz, der so ein bisschen um die Welt gegangen ist, auch in den letzten Jahren. Und dort sagt sie, um damit mal einzusteigen, die meiste Zeit der Geschichte haben wir geheiratet und zum ersten Mal Sex gehabt. Heute heiraten wir und hören auf, Sex mit anderen zu haben. Das musst du erst mal sacken lassen. Also, die meiste Zeit der Geschichte haben wir geheiratet und zum ersten Mal Sex gehabt. Bis zur Ehe gewartet, dann Sex gehabt. Heute heiraten wir und hören auf, Sex mit anderen zu haben. Also, das mal um ein bisschen einzusteigen in die Thematik, um die es jetzt geht. Moderne Beziehungen, Sex. Also, ich hoffe, ihr habt einen guten Kaffee gerade dabei. Aber ein bisschen mehr jetzt erst mal zu Esther, bevor wir jetzt hier ganz tief irgendwie einsteigen. Die Psychotherapeutin und New York Times Bestseller-Autorin Esther Perel gilt heute als eine der aufschlussreichsten und originellsten Stimmen zu modernen Beziehungen. Sie spricht neun Sprachen fließend. Geil, oder? Neun Sprachen. Leitet eine Therapiepraxis in New York City und dient als Organisationsberaterin für Fortune 500 Companies auf der ganzen Welt. Ihre gefeierten TED-Talks haben mehr als 20 Millionen Aufrufe und ihr internationaler Bestseller Mating in Captivity Unlocking Erotic Intelligence wurde zu einem globalen Phänomen, das in 25 Sprachen übersetzt wurde. Ihr neuestes Buch ist der New York Times Bestseller The State of Affairs Rethinking Infidelity und sie ist außerdem Producer und Moderatorin des beliebten Podcasts Where Should We Begin? Wo sie diese Themen auf Arbeitskontexte überträgt, also Beziehungsthemen. Spannend. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ich bin dann immer überrascht, wenn ich sowas höre wie internationaler Bestseller und ein globales Phänomen und ich denke mir, okay, wer ist sie? Aber freue mich deswegen umso mehr. Du wirst sie lieben. Ja. Ja, du musst dir mal einen von den TED-Talks anschauen. Sie ist einfach wunderbar mit ihrem sehr französischen Akzent. Eine wahnsinnige Frau, die mir tatsächlich das erste Mal in Austin auf der South by Southwest in 2018 in Texas begegnet ist und ich habe dort einen Vortrag, einen großen Vortrag, eine Keynote sozusagen gehört und da ging es um moderne Liebe und Beziehung und sie hat mich total geflasht. Also so TED-Speaker sind ja wirklich, die sind ja nicht nur gut in ihrem Reden und Auftreten, sondern die sind ja inhaltlich einfach so brillant und egal mit wem ich da war, aus welchem Bereich, alle waren total fasziniert einfach, weil sie wirklich tolle Worte wählt und einfach ein unheimlich charismatischer Mensch ist. So jetzt aber hier genug mit dem Rumgeschwärme. Ja, also wer ist denn diese berühmte Frau überhaupt? Fangen wir mal von vorne an. Ja, also geboren ist sie in Antwerpen 1958, also eine Europäerin mit polnisch-jüdischer Abstammung. Ihre Eltern, Sala Ferteligier und Icek Perel, waren Überlebende der Konzentrationslager der Nazis und die einzigen Überlebenden ihrer jeweiligen Familien. Das muss man sich mal vorstellen. Ihr Vater hatte neun Geschwister, ihre Mutter sieben und nur die beiden haben quasi tatsächlich überlebt. Vier Jahre lang standen ihre Eltern dem Tod gegenüber, was unheimlich viel mit der Familie gemacht hat. Das kann man sich vorstellen oder ansatzweise vorstellen. Und dieses Trauma hat sich tatsächlich auch viel in ihrer Arbeit ausgedrückt, denn ihre Eltern wollten nicht nur überleben, sie wollten wieder neu leben. Und mit dieser Metapher spielt sie sehr viel. Ihre Eltern wollten Lebendigkeit zurück, Lebendigkeit annehmen und sie sagt selber, Esther sagt selber, ihnen verdanke ich viel von meiner Lebensperspektive auf die Welt sowie meinem Glauben an die Willenskraft, die Sinnsuche und die Belastbarkeit des menschlichen Geistes. Und sie sagt von Anfang an, das, was ihre Eltern ihr mitgegeben haben, sozusagen ist, dass sie, dass zwischen nicht tot sein und lebendig sein große Welten liegen. Also nochmal, in einer Beziehung oder in einer, ich sag mal, Sinneskrise oder in einer Familie zwischen nicht tot sein und lebendig sein liegen Welten. Also das kann man auch ganz schnell schon auf eine Beziehung übertragen. Also vegetiert man nur vor sich hin, nicht tot sein sozusagen, nein, nein, alles ist gut, bei uns ist alles gut. Oder ist man wirklich lebendig? Ganz interessant. Dieses Verständnis verdankt sie ihren Eltern. Und damit spielt sie sehr stark in ihren Therapien, die sie macht, aber dazu komme ich später noch. Sie ist im flämischen Teil Belgiens aufgewachsen, hat in Jerusalem studiert und ist dann für ihre Forschung in die Staaten gekommen. Sie wollte eigentlich nur ein Jahr in New York City bleiben, hat ihr Rückflugticket aber nie eingelöst, denn sie hat dort ihren heutigen, ihren Mann kennengelernt, mit dem sie heute auch noch zusammen ist und sie fuhr dann dort fort, eben ihre Studien zu betreiben, das Wesen der kulturellen und religiösen Identität zu studieren, wie Tradition und Moderne, Individualismus und Kollektivismus miteinander interagieren und in den ersten 20 Jahren ihrer Karriere interessierte sie sich besonders für Paare und Familien. Also sie war sehr stark im familientherapeutischen Sinne sozusagen unterwegs und hat sich damit beschäftigt, gerade mit Interkulturalität im kulturellen Wandel sozusagen und hat dort eben natürlich auch sehr viel aus der Erfahrung ihrer eigenen Familie und dieser Traumaarbeit aus dem Nationalsozialismus sozusagen erfahren und das einfach 20 Jahre lang gemacht, also sehr viel Erfahrung gesammelt. Sie bekam dann zwei Söhne und wurde selber gechallenged, nochmal sich als Mutter in New York City wiederzufinden und als sie sagt, selber als die beiden fünf und acht waren, hat sie wieder Lust auf etwas Neues gehabt und die Inspiration kam damals in Form der Clinton-Lewinsky-Affäre, vielleicht noch dem einen oder anderen von euch bekannt. Und zwar schrieb sie dort einen Artikel mit dem Thema, also zu der Zeit schrieb sie dann einen Artikel mit dem Thema auf der Suche nach erotischer Intelligenz über Paare und Sexualität aus der Perspektive eines ausländischen Therapeuten, der die amerikanische Sexualität beobachtet. So, also sie hat einfach gesagt, ich rezensiere das sozusagen mal, schreib da was zu und dieser Artikel ging viral tatsächlich und führte zu einem Angebot, ein Buch zu schreiben, das sie gerne annahm. Sie war damals völlig verunsichert und sagte, ich habe noch nie ein Buch geschrieben und überhaupt, was ich hier mache, ist doch Familientherapie und jetzt habe ich das mal so ein bisschen beurteilt. Aber gut, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgegangen ist, das haben wir ja hier auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal gehört, dass das vielleicht auch ganz gut ist, um erfolgreich zu sein. Und in dem Zuge ist ihr Bestseller, das erste Buch quasi entstanden, Mating in Captivity, Unlocking Erotic Intelligence, also in der Übersetzung klingt es ein bisschen Hartpaarung in Gefangenschaft, Erotische Intelligenz freischalten oder wie man wahrscheinlich Erotische Intelligenz freilegt sozusagen, Unlocked. Griffiger Titel auf jeden Fall. Paarung in Gefangenschaft, Erotische Intelligenz freischalten. Würde ich das im Kindle-Store sehen, würde ich auf jeden Fall nicht auf Kaufen klicken. Nein, genau. Aber wie gut, dass wir alle Englisch können und das auch verstehen, was damit gemeint ist. Im Buch untersucht sie die Spannung zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit, also Liebe, Zugehörigkeit, Nähe und dem Bedürfnis nach Freiheit, erotisches Verlangen, Abenteuer, Distanz in menschlichen Beziehungen. Also die Komplexität sozusagen einer Beziehung. Hier geht es natürlich um Paarbeziehungen, aber auch nochmal auf den Arbeitskontext bezogen. Wir befinden uns ja immer in sehr komplexen Situationen, auch zwischen wie viel Spaß muss eigentlich da sein, wie viel Spannung, wie viel Abenteuer, wie viel Abwechslung, wie viel neue Leute, wie viel Netzwerken, wie viel Cooles. Und auf der anderen Seite möchte ich aber ein sicheres Einkommen, ich möchte möglichst wenig Risiko, entspannte Gespräche, Zugehörigkeitsgefühl und so weiter. Und genau diese Komplexität von Beziehung schaut sie sich eben an und sie wollte eben keine vereinfachenden Lösungen anbieten. Das ist auch ganz interessant. Sie spricht nie final von Lösungen, sondern sie, beurteilt ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber sie beobachtet einfach Situationen und zieht daraus Schlüsse sozusagen. Und hat in dem Buch sozusagen stattdessen eine Gemeinschaft rund um die Paradoxien unseres intimen Lebens geschafft. Hat sehr viele Interviews geführt und sagt selber, Sexualität lebt eben an der Schnittstelle mehrerer Disziplinen. Es ist nicht einfach nur immer Nähe oder immer Abenteuer, sondern es ist eben die Mischung aus beidem. Weswegen auch, wenn eins aus dem Ungleichgewicht gerät, zum Beispiel untreu ein Thema wird. Dazu aber mehr. Sensationelles Buch, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, kann ich dir mal mitbringen, wenn du Interesse hast. Also du hast bei Kindle auf Kaufen geklickt, ja? Bei Kindle? Nee, ich hab kein Kindle. Ich bin noch total physisch. Ich hab so Stapel in meiner Wohnung an jeder Wand mit so Büchern, mit so 30, 40 Büchern. Alle drehen immer durch, weil irgendwer kommt immer irgendwann aus Versehen gegen so einen Stapel. Genau, also das Buch wurde in 25 Sprachen übersetzt. So ein bisschen was Gutes muss da drin gestanden haben. Nach der Veröffentlichung des Buches wurde sie zur internationalen Beraterin für Sex und Beziehungen. Also in Fortune 500 Companies. Der zweite Bestseller, The State of Affairs, klingt ja schon auch ganz spannend. Rethinking Infidelity, also warum betrügen wir? Keiner spricht über Untreue und löst dieses Thema, sondern oft ist ja das Thema Untreue und dann ist es vorbei sozusagen. Und selbst für Esther ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. In tausenden von Therapiestunden ging sie dieser Frage mit hunderten von Eheleuten gemeinsam auf den Grund. Sie kam dabei auf folgende Gründe, die eben Seitensprünge bis heute zu einem gewissen Maß erklären können. Und hat dann so ein paar Punkte, fünf Punkte sind das, die sie mitgebracht hat. Auch keine Rocket Science, aber einfach auch nochmal interessant, weil wir ja vorhin auch gehört haben bei Gottman, was macht eine Beziehung quasi, was oder wie schafft es eine Beziehung, glücklich zu sein oder aufrechterhalten zu bleiben. Und sie sagt eben auf der anderen Seite jetzt genau, was kann Beziehungen infrage stellen, kaputt machen. Das erste ist natürlich, Beziehung ist eintönig oftmals, ja. Affäre ist aufregend. So, mal ganz platt gesagt, ja, während wir uns in einer Beziehung nach und nach manchmal gehen lassen, einrichten, uns keine Mühe mehr für uns selbst oder für den Partner geben, läuft eine Affäre anders ab. Affären und Seitensprünge laufen viel weniger Gefahr, in einem Trott hineinzufallen. Man muss immer auf der Hut sein, damit man nicht erwischt wird. Man muss sich nicht um so unsexy Themen wie den Haushalt kümmern. Also liegt, liegt ja nahe, ne. Ist jetzt auch, wie gesagt, nicht irgendwie, was total verwunderlich ist, aber ja, nochmal um das bewusst zu machen, genau, der Unterschied eben. Affären kosten viel Zeit, ist der zweite Punkt. Wenn du so viel Zeit in deine Beziehung wie in deine Affäre investieren würdest, wäre deine Beziehung um einiges glücklicher. Eine Affäre bedeutet nicht nur aufregenden Sex, sondern auch einen enormen Zeitaufwand. Regelmäßige Sexdates müssen arrangiert werden, Hotelzimmer werden gebucht und Spuren werden verwischt. Hinzu kommt die Zeit, die man in sein eigenes schlechtes Gewissen investiert. Würde man diese Zeit bündeln und in die eigene Beziehung investieren, könnte man sie vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle tatsächlich retten. Auch sich das nochmal bewusst zu machen. Das dritte ist, Monogamie ist ein fluides Konzept. Was heißt das jetzt? In unserer Gesellschaft gilt Monogamie noch immer als das einzig richtige Lebenskonzept. Hier und da sträuben sich ein paar Hippies dagegen, aber im Großen und Ganzen ist eine Beziehung mit einem einzigen Partner normal. Wobei sie sich das ja auch schon so ein bisschen shiftet gerade. Als das Konzept der Ehe erfunden wurde, war Monogamie aber noch etwas ganz anderes als heute. Esther Perel selber schreibt hier auf Englisch Monogamy used to be one person for life. Today monogamy is one person at a time. Also ja, gut. Mit technischem Fortschritt verändert sich auch das Konzept der Monogamie weiter. Zählt es bereits zum Betrügen dazu, wenn wir mit anderen Leuten Sexting betreiben? Also für die, die das noch nicht gehört haben, sexy Nachrichten zu schreiben. Verruchte... Dürfte jeder mal gehört haben. Dürfte jeder mal gehört haben. Ich denke auch, oder? Während man in einer Beziehung ist sozusagen, ist das schon quasi Betrügen. Dürfen wir uns auf Dating-Apps herumtreiben, obwohl wir einen Partner haben? Auch schon vorgekommen, habe ich gehört. Diese Fragen können nur individuell geklärt werden. Natürlich, es gibt keine universelle Definition dafür. Aber deswegen. Monogamie als fluides Konzept vielleicht. Das vierte ist die endlose Liste der Bedürfnisse. Esther Perels Beobachtungen zufolge sind die Erwartungshaltungen an eine Beziehung oft so hoch, dass sie unmöglich zu befriedigen sind. Sie beschreibt sieben Erwartungen, die heute die meisten an ihre Partner haben und wo früher ein ganzes Dorf sozusagen für irgendwie verantwortlich war, einige Jahrhunderte zurück. Oder eine ganze Gemeinschaft ist heute irgendwie der Partner für alles verantwortlich. Sie sagt, you have to be my greatest lover, my best friend, the greatest parent, my trusted confident, my emotional companion and my intellectual equal. Also und das alles natürlich mit 150 Prozent wahrscheinlich zu erreichen, ist auf jeden Fall eine Challenge, wenn man diese Erwartung in eine Beziehung legt. Dann klar, wenn man die in all den Bereichen hat, kann man sehr schnell enttäuscht werden und sich eben andere Auswege suchen. Und das fünfte ist, wenn die Chemie stimmt. Sexuelle Befriedigung zu erlangen, ist nicht das gleiche wie ein Orgasmus. Esther Perel beschreibt, wie selbst ein einziger imaginierter Kuss mit einem Fremden ein viel heißeres Unterfangen sein kann als stundenlange Liebesspiele mit deinem langjährigen Partner. Es kommt auf die eigene Wahrnehmung und das Verlangen an. Wahrscheinlich auch auf die Fantasie, würde ich fast schon sagen. Also auch das sehr, sehr interessant im Endeffekt. Alles Bereiche, die dazu führen können, müssen nicht, aber die sie eben immer wieder, genau wie Gottman in seinen Studien, hat sie ja auch Studien eben mit Paaren gemacht, die eben an dieser Grenze waren und immer wieder herausgefunden, dass das eben Themen waren, die aufgekommen sind, weswegen dann Untreue ein Thema wurde. Und natürlich kann man das nicht pauschalisieren. Jede Beziehung, jeder Seitensprung ist von Paar zu Paar unterschiedlich. Und die Frage ist auch immer, ist ein Betrug gleichzusetzen mit dem Beziehungs-Aus? Und da sagt sie selber, dass sie auch auf diese Frage keine universelle Antwort geben kann oder möchte. Doch sie weiß, um die körperlichen wie seelischen Bedürfnisse, die eine Affäre auslösen können. Also was tun, wenn man seinen Partner betrogen hat? Was tun, wenn man betrogen wurde? Früher schrieb uns die Gesellschaft vor, den Betrug ruhen zu lassen. Die Ehe stand über allem. Auch eine unglückliche Ehe löste man nicht wegen eines Seitensprungs auf. Heute ist es andersrum, sagt sie selber. Wer betrogen wurde, der verlässt den Betrüger. Die Möglichkeit, den Gründen auf die Spur zu gehen und sich die eigentlichen Ausmaße erst einmal vor Augen zu führen, besteht oft nicht. Also auch eigentlich verrückt von der früheren Situation. Man bleibt zusammen, auch der Kinder wegen. Man hat das unter den Tisch gekehrt. Man hat nicht darüber gesprochen. Heute zudem, das ist passiert und sofort quasi wird das ganze Ding gekillt und also auch interessant in der Dynamik der Gesellschaft. Einfach, dass sie das auch so beobachtet und dass das tatsächlich de facto ja auch heute Teil unserer Gesellschaftsdebatte, wenn es glaube ich um Untreue geht, auch geht. Ihre TED-Talks und wie gesagt, die kann ich wirklich sehr empfehlen, weil ich kann nur minimal überhaupt das beschreiben, was sie quasi auch mit Beispielen dann unterfüttert eben und wie sie quasi den, wie sagt man, den Kern trifft von diesen Botschaften. Also in ihren TED-Talks hat sie ein Millionenpublikum angezogen und sie genießt es, die Geheimnisse des menschlichen Daseins in einfachen Worten zu erklären und das macht sie wirklich sehr brillant, indem sie über Beispiele sozusagen, die jeder aus seinem Alltag, aus seinen Beziehungen kennt, also man hat ungefähr jede drei Minuten einen Aha-Moment in so einem 20-minütigen TED-Talk und sie sagt eben bewusst, sie wählt einfache Sprache, weil sie möchte Menschen auf der ganzen Welt helfen, sich verstanden zu fühlen, sich ihren Freuden und Schmerzen zu stellen und motiviert zu sein, sich zu verändern. Und all das gibt ihr Energie, wenn sie morgens aufwacht, sagt sie. Und die moderne Ideologie der Liebe ist zwingend sozusagen. Nie zuvor war das Paar eine so zentrale Einheit in unserer sozialen Organisation. Nie haben wir mehr von unseren intimen Beziehungen erwartet und noch nie sind wir unter der Last so vieler Erwartungen zusammengebrochen, so beschreibt sie es zumindest. Und das bringt mich auch zu meinen Learnings tatsächlich, denn auch wenn ich sie schon länger kenne und auch die Bücher gelesen habe, habe ich doch auch wieder nochmal neu Dinge mitgenommen, die ich mit euch auch teilen möchte, denn ich glaube, es ist ganz spannend. Jeder ist jeden Tag auch außerhalb von einer Liebesbeziehung in Beziehung mit anderen Menschen, mit seinem Team, mit Geschäftspartnern, mit Dienstleistern, egal mit wem. Also man ist in einer Beziehung sozusagen und eine erfolgreiche Organisation ist immer nur so gut wie die Beziehung der Menschen untereinander, die in ihr arbeiten. Mein erstes Learning. Und ich frage mich manchmal tatsächlich, warum große Konzerne noch nicht verstanden haben, vielleicht sind sie auf dem Weg dahin, Psychotherapeuten, also wirklich Relationship Manager einzustellen. 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 Weil das ist ja wirklich tatsächlich ein riesengroßes Thema. Das zweite ist, Leidenschaft und Sicherheit können nicht immer gleichzeitig existieren. Phasenweise geht manchmal nur das eine oder das andere. Und auch im Business gibt es immer wieder diese Paradoxien. Gerade im Innovationsbereich ist das oft ein Thema, wo man immer in Richtung Abenteuer und Neues und Veränderungen und Transformation und Gründungen und immer in dem einen Extrem ist und auf der anderen Seite aber so diese Sicherheitsthemen, habe ich gerade schon gesagt, auch sucht. Und was wir lernen können, ist glaube ich, diese verschiedenen Phasen anzunehmen und dass die Komplexität bleibt, dass man die auch gar nicht simplifizieren muss, also in irgendeiner Form. Und das dritte ist eher eine Frage als Learning. Also stell dir die Frage, ob du deiner Organisation wirklich treu bist und wenn nicht, wieso? Vielleicht nochmal diese fünf Punkte auch zu resümieren von Estas Konzept der Untreue sozusagen, weil auch das wiederum, finde ich, kann man unheimlich gut auf den Business-Kontext übertragen auch. Wo, an welchem Punkt habe ich aufgehört, wirklich meine Leidenschaft reinzubringen? Wo habe ich vielleicht nur... Mental gekündigt. Mental gekündigt. Wo warte ich vielleicht einfach nur auf die nächste Möglichkeit, ja? Wo, auch wieder interessant, hier dieser vierte Punkt, mit welche Erwartungen habe ich alle? Ja, was muss mein Arbeitgeber alles für mich sein? Ja, wahrscheinlich nicht my greatest lover, my best friend, the greatest parent und so weiter, aber da kann man ja ganz andere Begriffe auch für einsetzen. Muss der mir Sicherheit geben? Muss der mir Vision geben? Muss der mir Gehalt geben? Muss der mir auch noch Freude und Spaß und Leidenschaft und Weiterentwicklung und, und, und geben, ne? Also auch da nochmal ganz interessant. Von daher, ja, das ist Esther Perel, die sehr stark mit diesen Paradoxien arbeitet und sie nicht auflöst im Sinne von, das ist das Nonplusultra, sondern wirklich sagt, das ist vorhanden, das ist die Gesellschaft, in der wir gerade sind und einfach ihre Beobachtungen schildert und allein, wenn man das nur hört, so wahnsinnig viel mitnimmt von ihr. Von daher kann ich die wirklich empfehlen. Ich habe alle TED-Talks, Bücher auch nochmal in den Shownotes drin. Sehr kurzweilig und egal an welcher Stelle ihr in eurer Beziehung seid oder in einer Arbeitsbeziehung, es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören. Was hast du mitgenommen? Ich mag die Parallele zwischen der persönlichen privaten Beziehung und der Geschäftsbeziehung extrem gerne. Deswegen bin ich großer Fan dieses Themas und auch der Folge. Ich habe es mir gerade nochmal im Netz angesehen, ein FAZ-Artikel aus dem Jahr 2018 und zwar haben 71 Prozent der Arbeitnehmer oder machen 71 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland nur noch Dienst nach Vorschrift. Da sind wir wahrscheinlich bei dem Thema zwischen kaputt und lebendig liegen Welten. Ja. Das ist nämlich dann der Dienst nach Vorschrift. Man vegetiert in seinem Job, in der Firma, in seiner Rolle. 14 Prozent aller Deutschen haben innerlich bereits gekündigt, also mentale Kündigung gleich innere Kündigung. Auch eine unglaubliche Zahl. Hochgerechnet sind das fünf Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, die in diesem Moment oder zumindest im Jahr 2018, es wird heute nicht weniger sein, innerlich bereits gekündigt haben. Das heißt, sie befinden sich noch in einer Beziehung, obwohl sie an diese Beziehung nicht mehr glauben und nur 15 Prozent aller Arbeitnehmer sind mit Hand, Herz und Verstand bei der Arbeit. Ja. Unglaublich. Und ich glaube, diese Zahlen könnte man tatsächlich verändern, wenn beidseitig an diesen Beziehungen gearbeitet werden würde und Beziehungen einfach auch nochmal anders wertgeschätzt werden. Ja, aber es ist genauso wie auch gerade bei John Gottman. Also die Dinge klingen so banal und man denkt so, ja, das weiß ich alles. Ja, genau, aber was macht man wirklich? Wie viel Zeit investiert man dafür? Schleust man sich durch ein Meeting nach dem anderen und kürzt man das Jahresgespräch, was eh nur auf eine Stunde angelegt war, dann doch auf eine halbe Stunde, weil man ja gar keine Zeit hat. Ja, ja. Ja, also auch da wirklich, wo, und es ist anstrengend, Beziehungsarbeit ist fucking anstrengend. Und das ist genauso wie mit dem Team, Teamführung, ja. Auch das sind alles Themen, die sind am Ende, die zahlen sich alle aus, sind aber erst mal anstrengend, weil es darum geht, sich außerhalb meines eigenen Egos mit anderen Menschen zu beschäftigen. So. Und das sagt das ja letzten Endes aus. Man muss es höher priorisieren. Wir reden ja gerne von Zeit, dabei hat es nur mit Prioritäten zu tun, weil wir haben ja alle gleich viel Zeit zur Verfügung, nämlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und was man damit macht, ist einem selbst überlassen. So. Und ich glaube tatsächlich, wir sollten Beziehungen oder das Zeitinvest in Beziehungen höher priorisieren, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Da habe ich tatsächlich auch gerade schon eine gute Brücke geschlagen zu meiner folgenden Protagonistin, nämlich der Emily. Aber wir können nicht über Emily sprechen, ohne vorher mit Pia gesprochen zu haben. Denn wie am Anfang angeteast, hat sich Pia wieder mit Tobias getroffen, um über Workhacks von Zipgate zu sprechen. Wir hören mal rein. Wie gut funktioniert es eigentlich, Mitarbeiter die Urlaubszeiten selbst entscheiden zu lassen, ohne das zentral zu steuern? Also ohne, dass irgendjemand da ist, der den Urlaubsantrag annimmt oder ablehnt, nachdem er in den gemeinsamen Kalender geguckt hat. Ja, ich habe ja jetzt schon so einiges über Zipgate erzählt und deshalb wird es wahrscheinlich kaum jemanden mehr überraschen, wenn ich sage, tada, das funktioniert total super und ich bin da echter Fan von. In den viereinhalb Jahren, in denen ich jetzt bei Zipgate bin, ist es mir erst einmal untergekommen, dass wir in einer Situation waren, in der wir als Team tatsächlich da saßen und uns dachten, oh Mist, da haben wir nicht gut aufgepasst, da sind uns jetzt irgendwie gleichzeitig zwei Leute, drei Wochen im Urlaub und das ist irgendwie doof. Und ganz ehrlich, so doof war es dann am Ende doch gar nicht. Ja, aber vielleicht fange ich mal von vorne an. Also bei uns gibt es eben keine Urlaubsanträge. Ja, beziehungsweise doch, die gibt es schon und zwar in unserem Online-Tool und da trägt dann jeder seinen Urlaub ein und der erscheint dann in unserem Urlaubskalender für alle Mitarbeiter und da kann das dann jeder sehen. Der Button, mit dem man diesen Antrag absendet, der heißt auch tatsächlich beantragen, aber freigegeben wird der ganze Kram automatisch nach 24 Stunden oder irgendwie so. Da guckt dann keiner mehr drüber. Kein Chef, keine Urlaubspolizei, kein gar niemand. Und warum das super funktioniert, liegt aus meiner Perspektive an drei Dingen. So, erstens, wer soll denn eigentlich beurteilen, ob jemand in einem Team zu einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub machen kann oder nicht? Mal angenommen, ich wäre jetzt die Urlaubspolizei und jemand würde bei mir anklopfen und sagen, hey Urlaubspolizei, am 2. November würde ich gerne für zwei Wochen in den Urlaub gehen. Was würde ich dann denn machen? So, ich laufe laut zum Team und frage, hey Team, kann der Typ hier am 2. November für zwei Wochen in den Urlaub gehen und in dem Fall kann ich mir also meinen Job als Urlaubspolizei sparen, denn das können die alleine. Beziehungsweise, ganz ehrlich, das erwarte ich von einem Team einfach, dass die das alleine können und das gehört einfach bei uns zur Teamarbeit dazu, das zu koordinieren, dass das geht. Da brauche ich keine Polizei. Die zweite Sache aus meiner Sicht ist, dass wir so großen Wert darauf legen, dass keiner bei uns unersetzbar ist. Deswegen pehren wir so viel, deswegen verteilen wir unser Wissen und versuchen, Wissensinseln so gut es geht zu vermeiden. Nein, das klappt nicht immer total, aber schon ziemlich oft und eigentlich ziemlich gut. Und das heißt dann auch, dass jeder theoretisch jederzeit in den Urlaub gehen können sollte, ohne dass ein Team völlig aufgeschmissen ist und sich dann irgendwie zwei oder drei Wochen lang auf dem Stuhl im Kreis dreht. Sollte das doch mal passieren, dann merken wir das dann und dann versuchen wir direkt, irgendwas zu verändern, damit diese super wichtige Person, ohne die es irgendwie nicht läuft, das nächste Mal, wenn sie in den Urlaub geht oder Urlaub machen möchte, nicht mehr so super wichtig ist. Und wenn ich wichtig sage, dann meine ich nicht wichtig im Sinne von Wert, bei uns ist jeder wichtig, sondern wichtig im Sinne von Sollbruchstelle. Denn ganze Teams sollen bei uns wichtig sein. Wenn einzelne Personen zu viel Last tragen, dann tut das weder denen noch dem Team gut. Denn neben Urlaub können die auch einfach mal krank werden. Und sowohl Urlaub als auch krank zu Hause sein und sich ausruhen, sollen die Leute bei uns einfach mit gutem Gewissen tun und dabei total abschalten, ohne sich um ihre Kolleginnen und Kollegen und Teams und Arbeit Gedanken machen zu müssen. So, Punkt drei, warum das mit einem Urlaub super funktioniert, wie wir das machen. Es gibt da so ein Prinzip und das besagt, dass man ein Ergebnis, wenn man dann ein Ergebnis erreichen will und die Rahmenbedingungen ändern sich irgendwie so. Also wenn zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin in den Urlaub geht oder krank wird, dann kann man an drei Parametern schrauben. Zeit, Qualität oder Scope. So, also entweder man sagt sich, na okay, dann dauert es halt länger oder man sagt sich, die Deadline, die werden wir auf keinen Fall reißen. Dann machen wir es eben halb so gut. Oder man sagt, die Deadline halten wir, machen es auch genauso gut wie geplant. Dafür verringern wir den Umfang von dem, was wir ausliefern wollten. So, und wir schrauben nicht an der Qualität. Punkt. Ich hoffe, einige meiner Kollegen und Kolleginnen hören jetzt gerade auch zu. Hört ihr? Wir schrauben nicht an der Qualität. Oft können wir uns leisten zu sagen, naja, dann dauert es halt einen Ticken länger. Und wenn nicht, dann schauen wir uns den Umfang des gewünschten Ergebnisses an und dann streichen wir Dinge tatsächlich weg. Warum das geht, ist, weil wir eben keine zwei Jahre Wasserfallprojekte machen und sowieso schon iterativ und inkrementell produzieren. Wenn da dazwischendurch mal ein Ergebnis und ein Inkrement etwas kleiner ist als vorher geplant, dann ist das meistens auch schon okay. So, jetzt habe ich ganz lange gequatscht und eigentlich will ich Ihnen kurz nur sagen, das tut total gut zu wissen, dass ich mir meinen Urlaub mit dem Team zusammen so bauen kann, wie mir das passt. Denn manchmal braucht man auch einfach recht spontan mal eine Woche frei, weil man merkt, boah, Akku alle. Und wenn ich dann kurz mal weg bin und aufgeladen wiederkomme und währenddessen weiß, dass nichts kaputt geht und nichts kaputt gegangen ist, dann kann ich danach echt wieder voll durchstarten. Und da gewinnt am Ende einfach jeder bei. Vielen Dank, Pia. Vielen Dank, Tobias. Wieder großartige Learnings hier für uns. Wie immer gibt es das Ganze auch zum Nachlesen. Nicht eins zu eins dieses Learning von heute, aber die 24 Work Hacks von ZipGate. Und wie immer könnt ihr euch dieses Buch bestellen. Die 24 Work Hacks auf der eigens dafür eingerichteten Landingpage, nämlich www.zipgate.de slash learnings minus podcast. könnt ihr euch das Buch kostenfrei nach Hause bestellen. Viel Spaß damit und wir gehen wieder zurück zu unserem Thema und konkret zu Emily Nagoski. Ich bin sehr gespannt. Zurecht, denn die Süddeutsche Zeitung schreibt über sie, Zitat, nicht viele können die Lust, vor allem die weibliche, in so schönen und tröstlichen Worten erkunden, wie die 43-jährige Sexualwissenschaftlerin Nagoski. Die spätestens seit ihren TED-Talks oder dem TED-Talk, wie Paare ein Leben lang eine starke sexuelle Verbindung aufrechterhalten können. Aus dem Jahr 2019 eine der gefragtesten Sex-Expertinnen nicht mehr nur in den USA. Und es war bis zum heutigen Tag ein Running Gag in der internen Learnings-Themengruppe. Johanna und ich haben immer hin und her gefrotzelt, dass wir doch unbedingt und endlich mal eine Folge zu den Sex-Therapeutinnen oder Sex-Therapeuten machen sollten. Eigentlich wollten wir Tobias verpflichten, der ist aber ganz weit weggelaufen, deswegen hängen wir beide jetzt hier und ich habe die Emily dabei. Und ich glaube, von Emily können wir eine ganze Menge lernen, denn ihr habt es gerade schon mitbekommen, es geht nicht nur um Sex, sondern es geht vor allem darum, diese sexuelle Verbindung aufrecht zu erhalten. Lange aufrecht zu erhalten. Und da wiederum gibt es eine große Parallele zu deinem Blog vorhin, denn auch das hat wahnsinnig viel mit Prioritäten zu tun. Dazu später mehr. Erstmal noch kurz zu Emily. Sie ist eine amerikanische Sexualwissenschaftlerin, das haben wir gerade schon gehört. Sie ist auch eine Autorin. Sie hat Psychologie studiert, also bei ihr können wir auf jeden Fall den Haken machen. Sie hat sich das Zertifikat Therapeutin absolut verdient. Sie hat dann tatsächlich, also neben dem Psychologiestudium auch die Nebenfächer Kognitionswissenschaft und Philosophie belegt. Also die Frau kennt sich auf jeden Fall aus. Hat dann noch 2006 einen Doctor in Health Behaviour gemacht, also wirklich über jeden Zweifel. Er haben. Zurück zu ihrer Tätigkeit als Autorin. Sie hat den New York Times Bestseller Come As You Are sowie als Co-Autorin den New York Times Bestseller Burn Out The Secret to Unlocking the Stress Cycle geschrieben. Also das sind so ihre zwei Themen. Sexualität und Burn Out. Beides Themen, die absolut relevant sind. Also sie schreibt eben auch unterschiedliche Artikel für unterschiedliche Zeitungen und ja, ist also wirklich eine Expertin, von der wir etwas mitnehmen können. Und über den Artikel, den ich vorhin zitiert habe, in der Süddeutschen Zeitung stand übrigens die Überschrift, Sex kann sich auch nach langer Zeit noch abenteuerlich anfühlen. und das ist ja genau die Fragestellung, mit der wir uns hier heute auch beschäftigen. Wie kann man generell Beziehungen lange abenteuerlich halten und spannend halten und so, dass sie für beide Seiten gewinnbringend sind und ihr merkt, da sind wir auch ganz schnell wieder im beruflichen Alltag. Und was ich da wiederum ganz spannend fand in diesem Interview war, dass sie ein Buch von Peggy Kleinplatz zitierte. Und zwar lautete dieses Zitat wie folgt, bis ich den Sex hatte, den ich wollte, musste ich alles vergessen, was ich hier über Sex, Geschlechterrollen und meinen Körper gelernt hatte. Und, aufgepasst, das Durchschnittsalter, in dem die Befragten den perfekten Sex hatten, lag bei 55 Jahren. Unglaublich. Ich mache schnell wieder die Parallele zum Beruf auf, bevor das hier in die falsche Richtung geht. Zwei Dinge, die ich hieraus mitnehme. Erstmal, dauert es wahnsinnig lange, bis man die perfekte Rolle gefunden hat, bis man wirklich weiß, was man will, bis man auch vielleicht wirklich weiß, was man kann und seine Position und Rolle in einer Unternehmung, in einem Team gefunden hat. Und man muss vielleicht das eine oder andere, was man sich vorher darüber gedacht hat, auch nochmal hinterfragen oder vielleicht sogar vergessen. Vielleicht werden wir mit falschen Erwartungen auch an das Berufsleben groß oder stellen uns viele Dinge in unserer Jugend und an der Hochschule noch anders vor, als sie dann tatsächlich in der Arbeitswelt vorgefunden werden. Anders kann ich mir nicht erklären, dass die Zahlen, wie wir sie vorhin aus der FAZ nochmal zitiert haben, irgendwie stimmen, dass fünf Millionen Menschen innerlich gekündigt haben und über 70 Prozent nur Dienst nach Vorschrift machen. Also da müssen ja Erwartungen vorherrschen, die am Ende des Tages enttäuscht wurden, die dann wiederum zu diesem Resultat geführt haben und vielleicht hilft es uns da allen, nochmal so ein paar Dinge zu vergessen und Dinge neu zu lernen. Auch wiederum spannend und auch das wieder eine Parallele ist, dass sie sagt, also in dem Fall Emily, der größte Fehler, den viele Menschen in langen Beziehungen machen, ist, sich an das Ideal zu klammern. Großes Verlangen müsste vor dem Sex kommen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Und das ist die Brücke zu dem TED-Talk, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, aus dem Jahr 2019, natürlich verlinkt in den Show Notes. Dieser TED-Talk hat am heutigen Tag 3,2 Millionen Aufrufe, also von einer Menge Menschen gesehen und in diesem TED-Talk, den ich jetzt natürlich nicht in seiner Gänze wiedergebe, geht es, ging es um responsives Verlangen. Spannend, warum sage ich euch gleich. Sie erzählt dort eine Metapher und sieht damit eine Parallele zur sexuellen Lust und zwar sagt sie, ein Freund lädt dich auf eine Party ein. Wir alle kennen diese Situation. Du sagst zu, weil es ein Freund und Party ist ja generell gut. So, dann rückt diese Party aber immer näher und du fragst dich zunehmend, boah, muss ich da wirklich hin? Denn die Party ist relativ spät, es ist Berufsverkehr, draußen regnet es, Partykleidung anziehen, irgendwie auch gar keinen Bock, aber man geht dann trotzdem hin, weil es ist ja ein Freund und es ist eine Party. Und wenn man da mal angekommen ist und sich so ein bisschen drauf eingelassen hat, stellt man fest, ach, macht ja doch eigentlich Spaß, auf so einer Party zu sein, hier bei meinen Freunden. Ich weiß nicht, wie es euch dort draußen geht, mir ist das schon häufiger passiert, dass ich mir manchmal denke, boah, nee, heute Abend zum Essen verabredet, eigentlich gar kein Bock, Sofa ist viel bequemer und draußen ist schon dunkel und dann geht man hin und denkt sich, Mensch, war ein toller Abend und so die Theorie von Emily geht es einem auch beim Sex oder im Sexualleben, ich weiß gar nicht, ob der Begriff in dem Fall richtig gewählt ist oder zumindest, wenn es darum geht, über eine lange, 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 lange Zeit eine Beziehung aufrecht zu erhalten, in dem auch der Sex Spaß macht oder man eben eine starke sexuelle Bindung zu seiner Partnerin, seinem Partner hat. Wichtig aus ihrer Sicht, Joanna, du möchtest was sagen? Ja, deshalb auch Sex-Dates in der Partnerschaft, was ja total banal klingt, aber was genau diesen, dieses, also das hört man ja immer mal wieder, dass genau dieses Phänomen ja beschreibt, ne? So. Absolut, da komme ich jetzt zu. Ah, okay. Deswegen gucke ich so erschrocken, weil du nimmst mir einfach den zweiten Teil meines Blogs ab. Entschuldige, entschuldige, nein. Du hast natürlich völlig recht. Ja, was sind denn jetzt so die Zutaten laut Emily, damit das alles funktioniert? Punkt eins, Freundschaft als Basis, auch das etwas, was einem immer wieder begegnet. Also Vertrauen haben. Ist man wirklich füreinander da? Kann ich mich auf die Person verlassen? Ja, sie sagt, vor allem geht es um eine Atmosphäre des Vertrauens. Ja, man sollte ein großes Vertrauen genießen, um sich dann auch gehen zu lassen. Ja, und der zweite Aspekt, beziehungsweise vielleicht erst mal vorweggeschoben, auch hier wieder der Bezug zur Arbeit. Kann man wirklich man selbst sein im Job? Wie viel seiner eigenen Persönlichkeit kann man mit einbringen? Ja, wie stark kann man sich seinen eigenen Kollegen, Chefs etc. anvertrauen? Ich glaube, ganz wichtige Faktoren, die dazu beitragen, dass man sich wirklich wohl fühlt und diese Atmosphäre des totalen Vertrauens schafft. Und dann eben Punkt zwei, in dem Fall Sex priorisieren. Also generell, es geht hier wieder ums Priorisieren. Zitat von ihr, aus meinen Studien weiß ich, dass Paare, die mit ihrem Sexleben besonders zufrieden sind, ihren Sex oft akribisch planen. Sie räumen sich Zeit und Raum dafür frei. Und da sind wir bei den vorhin von dir zitierten Sex-Dates. Date-Night. Date-Night. Auch dazu wieder ein Zitat. Das ist der Unterschied zwischen Paaren, die glücklich sind mit ihrem Sexleben und solchen, die unzufrieden sind. Die Glücklichen haben entschieden, Sex ist wichtig für uns. Also kümmern wir uns darum. Stichwort Prioritäten. Das klingt vielleicht erstmal nicht sehr anregend, aber dann muss man eben einen Termin im Kalender finden, am Samstag von mir aus. Die Wäsche bleibt liegen, das Kind besucht einen Freund, das Smartphone ist aus und fertig. Diese Entscheidung muss man treffen. Auch da wieder der Bezug zur Arbeit. Ist das, was ich tue, wirklich wichtig für mich? Bedeutet mir das etwas? Und damit einhergehend, wie hoch lege ich die Priorität auf das, was ich den Tag über tue? Also es geht immer nur um Prioritäten. Sowohl im Beruf als auch im Sexleben, beziehungsweise in einer Partnerschaft. Das klingt alles nicht romantisch, aber macht erfolgreiche, glückliche und lange Beziehungen planbar und überlässt sie weniger dem Zufall, als das vielleicht viele von uns tun. Ich glaube zum Beispiel, dass es völlig okay ist, die Priorität auf das Leben nach der Arbeit zu legen, um mal wieder im beruflichen Kontext unterwegs zu sein. Aber da muss man auch den Mut aufbringen, das zu artikulieren und sich entsprechend zu verhalten. Und das kann sich ja dann auch wiederum je nach Lebensphase ändern. Abschließend noch ein Zitat von Emily, was ich auch sehr spannend fand und zwar glückliche Paare haben nicht auffallend oft Sex, sondern sie erlauben sich, dass Sex kommt und geht, ohne dass sie deswegen an der Liebe des anderen zweifeln. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Leben ist so abwechslungsreich. Kinder werden geboren, Häuser gebaut, Schulden gemacht, Krebsdiagnosen gestellt. Man mag seinen Job, dann wieder nicht. Man mag seinen Kollegen, ein bisschen zu sehr, dann nicht mehr. Warum sollte der Sex gleichbleibend sein? Solange wir uns gegenseitig vertrauen und niemals vergessen, was uns einst angezogen hat, ist alles in Ordnung. Schön. Finde ich wirklich gut. auch da wieder die Brücke zum Beruf oder zu einer beruflichen Partnerschaft. Vielleicht hat man ja zusammen gegründet oder, 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 oder. Es ist ein stetes Auf und Ab. Man muss investieren, man muss diszipliniert sein, man muss die Prioritäten setzen und sich dann auch die entsprechende Zeit nehmen. Sonst wird das nichts. Also Learning und da habe ich bewusst pfiffig, wie ich bin, eine Art Doppelung eingebaut, denn vorhin habe ich gesagt, eine lange glückliche Beziehung ist planbar und eine Frage der Disziplin. Hier möchte ich das Ganze noch um die Prioritäten ergänzen. Also eine lange glückliche Beziehung ist planbar und eine Frage der Disziplin und Prioritäten. Joanna, was sagst du? Ja, komplexes Thema. Also auch bei Emily, ne? Also sie endet ja sozusagen genau mit der Komplexität von Beziehung oder von Sexualverhalten sozusagen, womit sich auch Esther beschäftigt. Die beiden kennen sich, glaube ich, auch. Also mit Sicherheit. Und ja, das klingt, wie gesagt, auch da, es klingt immer alles so einfach und es klingt so banal und es ist am Ende des Tages einfach viel Investition auf Augenhöhe. Also wirklich dieses, ich glaube, was auch interessant ist an diesen Date Nights, diese Schuldzuweisung ein bisschen wegzunehmen von, aber er beachtet mich nicht genug oder jetzt habe ich doch was Schickes, Neues an und andersrum, aber sie schätzt gar nicht, dass ich 15 Stunden am Tag arbeite, um jetzt meinen Klischees, oder auch andersrum genauso. Und davon wegzukommen, glaube ich, auch einfach ein bisschen, weil das ist, glaube ich, unterbewusst in vielen Beziehungen einfach Dinge, die nicht ausgesprochen werden und dann in so ein Ungleichgewicht führen. Und dann hat man auch keinen Bock mehr auf Date Night und Sex. Also ich glaube, da, auch da wieder, wie in vielen Themen, das haben wir auch schon oft gehabt, ist Kommunikation natürlich das Wichtigste und gleichzeitig das Allerschwerste in allen Beziehungen, in allen Themen, die man so im menschlichen Alltag so durchläuft, sozusagen, und auch überhaupt nicht einfach. Weil auch wenn wir jetzt hier so darüber sprechen und das sehr einfach klingt und natürlich auch, dann gehe ich die Checkliste durch, was denn alles für eine Beziehung, ja Sinn, ja, haben wir irgendwann mal drüber gesprochen, wollen Kinder und ein Haus und ein Boot und ein Pferd und hm. Und also was ist wirklich der Sinn von der Beziehung, die man führt und diese einzelnen Punkte und dann kommt Sex auch irgendwann als Thema und auch diese Dinge werden ja auch zum Teil gar nicht angesprochen. Also wer spricht wirklich tatsächlich darüber, ja, und nicht nur wieder, ich habe mal wieder Bock, ne, also, sondern wirklich tatsächlich und das ist, da muss man eine Vertrauensbasis haben. Das ist das, was du auch hier drin hattest im ersten Punkt, was man auch auf jede Arbeitssituation beziehen kann. Und Vertrauen ist ja nicht etwas, was ich einfach entwickle, sondern Vertrauen verdient man sich ein Stück weit, ne. Also das ist auch nochmal ganz interessant, das passiert nicht einfach, sondern das verdient man sich irgendwo von jemandem, von dem Gegenüber. Und genauso in der Arbeitsbeziehung auch. Die ja im Übrigen auch nicht mehr so langlebig sind, wie sie mal waren. Also mein Großvater, Gott hab ihn selig, ich war 40 Jahre beim Westdeutschen Rundfunk. Und ich glaube, es gibt viele Menschen aus der Generation, die sehr, sehr lange bei ihrem Arbeitgeber waren. Es war eine andere Situation, man hatte nicht so viele andere Möglichkeiten, Alternativen möchte ich gar nicht mit dem Hier und Jetzt vergleichen. Aber ich persönlich fände es schön, wenn auch die Beziehungen in der Arbeitswelt wieder ein bisschen langlebiger werden würden. Denn wenn man das hinbekommt, hat man beidseitig einen ganz anderen Mehrwert. Aber würdest du sagen, ich würde sagen, dass das trotzdem noch ein komplettes gutes Investment ist, weil egal, ob ich nur zwei Jahre oder ein Jahr im Job bin oder 40, die Beziehung, die ich aufbaue, die bleibt. Also das ist meine Erfahrung, wenn ich auf meinen Beruf in den letzten 15 Jahren gucke und welche Beziehungen ich aufgebaut habe, wo ich investiert habe und im Gegenzug genauso. Auf persönlicher Ebene. Auf persönlicher Ebene. Ja, natürlich, klar. Ja, total. Und da einfach dran anzuknüpfen. Und es ist eher tatsächlich so ein Rotating-System, dass man halt mehr in unterschiedlichen Jobs ist. Das ist ja die Karrieren von Gen Silan heute. Die haben, weiß ich nicht, 60 Karrieren oder was. Keine Ahnung, am Ende. Nicht so viele. 24 sind es, glaube ich. Während wir irgendwie in unserer Generation fünf bis sieben haben. Ist das tatsächlich so? Ja, ja, absolut. Aber Beziehungen, glaube ich, baust du schon, wenn du wirklich investierst, für länger. Auch über das Arbeitsverhältnis hinaus. Und das sollte einem, glaube ich, auch immer bewusst werden. Man sagt ja immer so, man sieht sich zweimal im Leben. Oder dreimal. Oder dreimal. Sagt man dreimal? Ich weiß es nicht. Ich bin so schlecht in Sprüchen. Ja, okay. Nein, zweimal ist der Spruch. Ich möchte dich nicht verunsichern. Nein, gut, danke. Also wir haben eine Menge mitgenommen. Sehr viel mitgenommen. Viele Parallelen zwischen einer langfristig erfüllten privaten Beziehung und einer langfristig erfüllten Geschäftsbeziehung oder beruflichen Beziehung. Von dem her, vielen Dank in deine Richtung für den Vorschlag und für die Tipps. Hat mir eine große Freude bereitet. Ich würde vorschlagen, wir fassen es nochmal zusammen. Ja. Was haben wir mitgenommen? Genau. Bei mir geht das relativ schnell. Ich habe heute mitgenommen, eine lange glückliche Beziehung ist planbar und eine Frage der Disziplin und der Prioritäten. Ich habe mitgenommen, eine erfolgreiche Organisation ist immer nur so gut wie die Beziehungen der Menschen untereinander, die in ihr arbeiten. Zweitens, Leidenschaft und Sicherheit können nicht immer gleichzeitig existieren. Phasenweise geht eben nur das eine oder das andere. Und es ist schön, dass wir jetzt mit dem dritten Learning sozusagen von mir und einer offenen Frage enden dürfen. Denn stell dir doch selber mal die Frage, ob du in deiner Organisation treu bist. Und wenn das nicht so ist, wieso? Und damit verabschieden wir uns für heute in den knackigen Mittwochmorgen und wünschen euch eine gute Zeit. Wie immer dürft ihr uns überall Feedback hinterlassen, auf allen genigen Kanälen, Kommentare, Liebesbriefe. Geht auch, ne? Bei der Folge darf man das schon mal sagen. Also finde ich, genau. Gerne und vor allem auch an Joanna. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Schön. Gut, ihr Lieben, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.